Ja, hi! Heute stelle ich Carina Hildebrandt vor. Ich bin so happy, dass wir so viele Frauen als Speakerinnen dabei haben. Meistens sind wir die Männerquote so hoch und ich finde es einfach cool, weil Frauen, die haben so viel Empathie, die haben so viel Power. Auch eine Carina, was sie da an den Tag legt, ihre Performance, die ist echt sensationell. Ihr Thema ist halt Grenzkontrolle. Jeder hat ein Recht, persönliche Grenzen zu setzen und zu halten und das finde ich sehr, sehr, sehr spannend, sich einfach mit dem Thema zu befassen. Auch mal Nein zu sagen, ganz, ganz, ganz klare Grenzen zu setzen, das fällt oft vielen Leuten schwer, weil viele sind immer wieder Meinung, das kann man fast nicht machen. Ursachen, Auswirkungen von mangelnder Fähigkeit, persönliche Grenzen zu setzen, auch das finde ich cool. Woher kommt denn das? Woher kommt denn das, dass wir nicht imstande sind, klare Grenzen zu setzen? Einfach persönliche Grenzen. Es ist so wichtig, dass wir uns damit befassen, dass wir in das Thema reingehen und neuer Blickwinkel auf unsere eigenen Grenzen erkennen. Alleine wenn du eigene Grenzen setzt, hast du schon viel, viel mehr Erfolg. Du kommst wesentlich weiter in deinem Leben und das wünsche ich dir. Da hinten sehen wir jetzt gerade die Fähre Bingen-Rüdesheim. Also, Speaker Cruise, ganz, ganz cool. Du erlebst ganz, 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 ganz viel auf dem Wasser, weißt du. Das Schiff gleitet entlang. Du hast 20 hochkarätige Speaker an Bord. Du hast großartige Gäste an Bord. Wir tauschen uns aus. Du hast ganz viel Inspiration. Gibt es was Schöneres, als so zwei Tage zu verbringen? Es gibt noch einige wenige Kabinen. Nutzt die Chance. Buche jetzt, weil ich bin mir sicher, in wenigen Tagen sind die letzten Kabinen auch weg. Und es wäre einfach schade, wenn du da nicht dabei bist. Ich wünsche dir alles Liebe. Ciao. Bye, bye.